hey nick was haben wir da ein traktor cool lass uns den mal angucken genauer zeigt mal her ist ja ein schickes ding das ist ein deutsch ein deutsch ist es ja eine spinne und hier ist ein traktor schön ja ein leichter traktor ist das so sieht das aus wieder zurück und dann haben wir hier noch einen bagger er guckt euch diesen bagger an ja ja kannst du ja ist ein bagger mit schiffen und ein schneeschieber den kann man hoch und runterklappen und ja das ist die schöne kabine ebenfalls das ganze aus kunststoff und man hat hier so einen speziellen griff da kann man da hat man ein griff und dann kann man mit mit sand bagger und so ist so richtig cool 20 euro kostet dieses teil okay ja meine freunde und hier noch zum schluss aber seinen bagger okay hey paw patrol groß ja kannst du damit reiten ja tschüss leute bis zum nächsten video «Tschüss», tschüss Bis zum nächsten Mal.